Es geht weiter mit Streetfighter hier, mit Ermica, Geschwister der Muskelseele, ja, ja. So, Profi-Wrestlerin, die hat aber große Äpfel da an der Brust, Wahnsinn. London. Okay, als wir uns nicht gesehen haben, wir zeigen uns die große Werte, die du in Ring gewonnen hast. Du bereitst für das? Ja, danke für mich diese Chance. Das ist ein großartiges Wunsch. Komm mit mir wie ein Train. Na dann los. Wahnsinn. Jo, der ist robust, der ist robust. Ich mache nicht so viel Schaden, merke ich gerade. Der Kerl ist robust. Uiuiui, das ist nicht gut. Alter Schwede. Leg mich bloß nicht mit der falschen Frau an. Bams. Und wieder die Füße weggezogen. Blutgrätsche. Master Zongief, das war phänomenal, fantastisch. Ich will folgen in deinen Füßen und arbeiten, um ein großartiger Ressler zu sein, wie du. Hm. Um folgen in den Füßen, brauchst du Muscle Spirit, junger. Ich weiß. Wie geht es, dass wir beide auf eine großartige Reise trainieren? Wir werden mit Fighters all over die Welt verbrechen. Wir werden weiterentwickeln, und endlich, wir erreichen die strongest Muscle Spirit. Muscle Spirit. Muscle Spirit. Das klingt so cool. Es wäre ein Höhung, dich auf dieser Reise zu sein. Indien. Dammit! Warum ist sie folgen? Selbst wenn ich auf einer Quest bin, kann ich nicht, dass ich deine Reise ignorieren kann. Na, eigentlich ist es, weil ich auf einer Quest bin, dass ich deine Reise ignorieren kann. Du kannst nicht nur Essen essen und nicht dafür bezahlen. Ich habe nicht dafür bezahlen, weil ich kein Geld habe. Oh, das war nicht gut. Das hat nichts mit dir zu tun. Wenn ich deinen Reise überprüfen hätte, würde ich niemals wieder auf den Master Zonghi aufhören. Oh oh. Birdie. Mit dem haben wir auch schon gekämpft. Na, stehst du auf? Das schaffst du nicht, ne? So. Oh oh. Oh oh. 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 Du verlierst. Du hast doch schon gute moves. Aber du bist noch nicht wie cool als Master Zonghi. Wie? Du hast du nicht die Kraft, wie Muscle Spirit. Ich klasse. Und ich selbst nicht weiß, was du damit sprichst, mit was Muscle Whatever. Das bedeutet, natürlich, dass... Um. Was ist Muscle Spirit, anyway? Ich weiß, was du finden soll. Bis zum nächsten Mal. Russland. Na gut, kann ich gerne tun. Laura, kenne ich gar nicht. Sieht aus wie jemand, wie krass... Ach du meine Güte. Das war äußerst unfreundlich. Komm her. Shit. Steh bloß nicht auf. Die Arme. Wow, du bist schwerer als ich dachte. Ich bin okay. Watching es alles von Master Zangief's back hat wirklich so viel beeinflusst. Ist das richtig? Mika, schau mal meine Backen-Runden-Lessons. Yes! Prepare! Meine Iron Muscle will teach you too! Come on! Everybody is so excited! The audience and the bear! Uh-oh. Wait! A bear? Master Zangief! I won't let you ruin the match! This time, I'll protect you! I'm losing it! Mika! Even this close, Master Zangief's skill feels miles away. Master Zangief? I don't think that my skills are developed enough yet. Mika, you have already inherited passionate spirit from me. When you stopped there, you looked fearless. Your spirit was burning hot with passion. Burning hot spirit? That's right! The fusion of muscle and spirit! That is the muscle spirit! Only thing you need now is to continue muscle training until you are best ever! Muscle... Spirit! Since that's the case, we begin immediately. We both have become comrades in muscle spirit. Come, I know you are more than ready. Now we will fight together side by side! Master Zangief, I'm going to... I promise! I'll do my very best! Kansuki anwesen! It's for this reason! I'm going to travel the world and teach about muscle spirit! Now, let's build some muscle! Um, no thanks! I don't think there's anything I can learn from someone as passionately bossy as you. Bossy? Uh... But, weren't you listening to anything I was saying just now? The words! And the passion! And the greatness of Master Zangief! No, I just thought you were shouting a lot about nothing, so I tuned out. I was trying to be nice by helping you. Why don't we step outside? Just shut up! When I win, promise me you'll leave me alone. You've got some guts, but that won't keep me from beating the hell out of you! Don't underestimate me! After this is over, all you're going to be seeing are stars! What did you say? Don't act so arrogant! You pick in a fight with me? Arrogance? I've been working here longer than you have, and then you come and act and I'll bust! ... ... ... ... ... Na super. Ermika auch hier freigeschaltet. Also das ist schon geil, 100% jetzt hier. Dann fehlt hier noch Dal... Dalzim. Yoga leitet mich. Und das sehen wir auf jeden Fall dann in der nächsten Episode. Wir haben noch hier zwei Charaktere, beziehungsweise drei. Wird bestimmt noch ganz schön haarig. Ich freue mich auf jeden Fall dann natürlich gemeinsam mit euch.